Wie viele Medi-Packs haben wir eigentlich noch? Oh, das ist schlecht. Sehr schlecht. Uh-oh. Geh weg! Gah! Tja. Das ist was, was man eine knappe Sache nennt. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Mist. Geh weg! Okay... Ich muss mir da irgendwie was anderes überlegen. Da machen wir gar nicht lang rum. Komm mit, mit, mit! Aufstopfen! 1 2 Ah, komm schon Au Ich hasse es Wenn die Dinger Ladehemmung haben Jetzt haben wir ein Problem Das war schlecht Willkommen bei der allgemeinen Munitionsknappheit Oh Okay, sonst gibt es da nichts Irgendwie blöd gelaufen Das darf doch nicht wahr sein Oh, toll Wenn ich Munition Das sieht aus wie ein Shop Es ist ein Shop Oh, meine Maus Es ist ein Shop Das ist ja sehr schön Bisschen Ah Ah, Strahlmunition Detonator Sehr schön Detonator hört sich an wie Werkzeug zum Anbringen von Kontaktminen Um eine einzelne Kontaktmine anzubringen Leer-Taste um zuletzt angebracht Die Minie zu entschärfen Und zu bergen Hm Klingt Lustig Haben wir irgendwas zum verklopfen? Ja Ja Viel Munition bleibt uns nicht Also für ein Plasma-Cutter Ein Minengerät Lass mich mal überlegen Brauchen wir ein Minengerät? Es wird so einiges einfacher machen Aber was geben wir dafür her? Lohnt sich das überhaupt? Machen wir mal nicht Noch nicht So Lassen wir das mal so Tun wir mal schön nachladen Was ist mit dir? Du nett Du auch nett Du auch nett Laufen wir mal mit dem Plasma-Cutter rum Hm Jetzt komme ich wieder an so einen blöden Punkt Wo das Spiel anfängt Schwieriger zu werden Was zur Hölle war das? Schl連et Okay. Hm. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, da klebt noch einer. Die geben natürlich nichts. Wie kann man mit nur einem Arm noch so schnell robben? Ah! Okay, jetzt haben wir sie, glaub, alle. Das bringt alles nicht. Oh, da gibt's bestimmt was tolles zu holen. Im Sicherheitslager. Dafür brauchen wir einen Energieknoten. Dann will ich jetzt erstmal gucken, was wir mit einem Energieknoten schaden. Ah, netto bedenkt. Könnte man mit zwei Energieknoten hin? Ah, blöd. Haben wir das Impulsgewehr schon getunet? Ne, haben wir nicht. Brauchen wir drei Energieknoten. Der Cutter. Drei Energieknoten. Hm. 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 Hm, hm, hm. Spezial. Wo schon bitte Spezial. Schaden. Nachladen. Kapazität. Ach, da. Spezial. Ach, Gott. Das ist ja voll impactert. Nee, das... Das möchte ich eigentlich nicht. Schaden durch Sekundärfeuer. Das ist das Blitzen. Ha. Lassen wir mal noch... Gehen wir erstmal rein und gucken, was wir da finden. Vielleicht finden wir da was tolles. Jaja. Ok, Munition. Was zum Verkaufen. Stasse. Munition. 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 Schon mal nicht schlecht. Dann würde ich doch dieses Mal... Da würde ich dieses Mal vielleicht tatsächlich das Maschinengewehr tunen. Weil er schon wieder mehr drauf hat. Und dann lass ich mich grad mal sch... Sch... Ah. Lass mich grad mal schauen. Sekundärfähigkeit. Hm. Gibt's wo? Ich seh überhaupt keinen Sekundär. Schaden. 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 Ach. Doch. Min. Schaden. 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 Oder sonst? Schaden. 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 Frage. Kann doch das die Gäste machen. Ah, da hinten ist er da. Na? Laufen? Ah. Falscher Knopf. Erklärt so einiges. Hallo, Shop. Ich würde gern verklopfen. Und zwar das da. Sicher, ja. Und das da. Sicher, ja. Und das da.